Was ist der Turing Bus? Der Turing Bus ist ein Gemeinschaftsprojekt der Gesellschaft für Informatik und der Open Knowledge Foundation. Wir sind im Wissenschaftsjahr unterwegs, das dieses Jahr unter dem Thema Künstliche Intelligenz steht. Uns ist es halt wichtig, über dieses Thema aufzuklären. Das ist gerade in aller Mund, aber irgendwo ist auch eine sehr diffuse Vorstellung nur vorhanden, was das eigentlich bedeutet. Um über dieses Thema aufzuklären, fahren wir normalerweise an Schulen, um dort Workshops und Diskussionsveranstaltungen durchzuführen. Heute sind wir aber am Verstehbahnhof, da dies unsere große Eröffnungsstation ist und der Verstehbahnhof auch ein toller Anlaufpunkt ist, der auch nach unserer Tour noch bestehen bleibt.